Ja hallo und herzlich willkommen zu der neuen Rubrik von Let's Promo und die heißt Mach's dir selbst. Ja und deshalb mach ich's mir selbst. Ja und ich möchte euch meinen bescheidenen Kanal vorstellen Evolution Rider. Ja gerade Anzahl 25 Abonnenten, 1800 Videoaufrufe Ja und die geplanten Projekte sind gerade Worms Reloaded, Minecraft, Happy Wheels, League of Legends und Limbo Aber ich mach gerade nur mit Worms Reloaded eine Pause. Also ich mach gerade League of Legends und Limbo Nein ich mach gerade Limbo und Minecraft so rum. Sorry. Ja die zwei mach ich eigentlich wenn ich dann fertig bin Also nach Limbo kommt jetzt Worms Reloaded, Minecraft kommt immer zwischendurch also damit nie Pause Immer. Ja da hab ich schon 14 Videos auch. Und ja dann noch weil ich so viele Projekte habe Möchte ich mich auch entschuldigen. Ihr könnt ja sehen hier Worms Reloaded, Minecraft, Limbo, bla 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 Das sind viele Projekte. Es waren jetzt auch ein paar Letztests und so. Aber da möchte ich mich jetzt Regelmäßiger dran halten. Ja und dann möchte ich einfach mal mit euch in das Erste Advent Xmas Special reingucken. Ja da können wir dann jetzt gleich mal reinschauen. Ja hallo und Herzlich Willkommen zum Ersten Advent Let's Play Minecraft Special. Und zwar möchte ich noch etwas sagen, dass vielleicht in den Drohnen auch mehr ist oder ich etwas mehr gebaut habe. Ja das könnte durchaus sein, weil diesmal habe ich nicht vergessen aufzunehmen. Bis zu 1080p jetzt. Sondern ich habe vergessen etwas zu rendern. Mhm. Und ähm ja, ja ich habe einfach vergessen zu rendern. Aber viel weiter bin ich auch nicht etwas. Ich habe glaube nur ein 6 Minuten Part vergessen oder so. Ist ja auch nicht so schlimm. Und ähm was, ach ja zum Texture Pack. Ich habe diesmal ein nicht so grafikaufwendiges und etwas kleineres Texture Pack genommen. Ja ich wollte diesmal einfach nicht so eins. Oh ja von Honeyball oder von Debitor LP mit 1000. Ja ihr habt es gesehen. Nicht gerade das Beste, aber es geht. Ja liebe Zuschauer von Let's Promo und vielleicht sogar von mir. Hoffentlich hat es euch gefallen. Abonniert mich. Like, Dislike. Wäre schlecht, aber wenn ihr es unbedingt wollt. Und kommentiert. Und guckt fleißig weiter Videos von mir und von Let's Promo. Also. Ciao.